Der Profiler Stage ist so aufgebaut, dass alle Schalt- und Bedienelemente auf der Oberfläche zu finden sind. In der unteren Hälfte sind die Fußtaster in zwei Reihen, dann kommt oben das Display mit diversen Reglern und Tastern. Rechts ist die Signalkette in einer Reihe dargestellt und darüber sind noch 2 Fußtaster für Looper und Tuner. Die Anschlüsse sind komplett auf der Rückseite geparkt und da werfen wir jetzt mal einen genauen Blick drauf. Auf der linken Seite haben wir die Input-Buchse, hier wird die Gitarre angeschlossen. Die Ausgänge sind etwas weiter rechts. Für das Main-Output-Signal stehen XLR- und Klinken-Anschlüsse zur Verfügung. Alles in Stereo mit linker und rechter Buchse. Hier verbindet ihr den Profiler Stage mit dem FOH-Mischpult bzw. der Stagebox oder dem Audio-Interface, wenn ihr aufnehmen möchtet. In der unteren Reihe sind die beiden Klinken-Buchsen für den Monitor-Out, auch in Stereo mit zwei Anschlüssen. Der Monitor-Out kann natürlich auch in Mono mit einer Buchse benutzt werden. Hier schließt ihr eure Aktivbox oder den Amp für die Bühne an. Der Kopfhörer-Anschluss kommt mit Mini-Klinke direkt daneben. Die Ground-Lift-Schalter für jeden Ausgang findet ihr im Output-Menü. Der Profiler Stage hat zwei unterschiedliche Betriebsmodi, die mit den Tastern hier links angewählt werden können. Der Browser ist das Lager mit allen Rigs. Ab Werk sind die Rigs alphabetisch nach Name geordnet. Sie können aber auch nach anderen Kriterien sortiert werden. Das könnt ihr ändern, wenn ihr den Soft-Taster 2 über dem Display drückt. Der Perform-Mode ist für den Bühnenbetrieb konzipiert. Hier stehen 125 Performance-Speicherplätze zur Verfügung und in jede Performance können über den Browse-Regler bis zu 5 Rigs in die sogenannten Slots geladen werden, die dann mit den Rig-Tastern 1 bis 5 aufgerufen werden können. In dieser Ansicht wird im Display oben der Name der Performance und die Nummer angezeigt. Der Name des aktuellen Rigs steht in der Mitte und die Slots mit den verfügbaren Rigs sind unten dargestellt. Die Namen der Slots können den Anwendungen entsprechend angepasst werden. Der Perform-Mode kann so eingesetzt werden, dass man pro Song eine Performance benutzt und dann die Sounds für die unterschiedlichen Songparts auf die Plätze 1 bis 5 legt. Die Performance kann mit den Up- und Down-Tastern in der zweiten Reihe gewechselt werden. Empfehlenswert ist auch, dass ihr euch eine Performance mit euren Standard-Sounds zusammenbastelt. Bei mir sieht das so aus. Auf dem ersten Slot liegt der Clean-Sound. Dann kommt ein leicht angezehrter Sound auf Slot 2. Nummer 3 hat noch etwas mehr Gain, reagiert aber immer noch gut auf die Anschlagsdynamik. Beim vierten Slot ist das klassische Rockbrett angesagt. Und der fünfte Slot ist mit einem Lead-Sound belegt, der natürlich schon ein bisschen lauter eingestellt ist. Dann habe ich für jeden Slot noch spezifische Effekte vorbereitet, die ich dann wie bei einem Paddleboard mit den Effekt-Tastern ein- und ausschalten kann. Die Signalkette wird hier an der rechten Seite dargestellt. Aktive Module sind beleuchtet. Es geht los mit der Input-Sektion, dann kommen die Module A bis D, die mit Effekten belegt werden können. Die typischen Stompbox-Effekte vor dem Amp, wie VAR, Kompressor, Booster oder Overdrive. Dann kommt die Stack-Sektion mit Amplifier und Cabinet. Und danach gibt es nochmal vier Module für Effekte, die mit X, Modulation, Delay und Reverb gekennzeichnet sind. Das ist nur eine grobe Strukturierung, ihr könnt jeden Effekt auf jedes beliebige Modul legen, auch mehrere Delays hintereinander. Den Abschluss bildet die Output-Sektion. Die Effekt-Module werden bei dieser Darstellung auch im Display angezeigt. Die Abkürzungen verraten euch, welche Effekte benutzt werden und die eingeschalteten Effekte sind schwarz unterlegt. Die Ziffern in der oberen Reihe zeigen an, mit welchem Fußtaster die Effekte ein- und ausgeschaltet werden können. Das Bedienkonzept zum Editieren ist recht einfach aufgebaut. Ihr drückt den Edit-Taster, dann wird das Edit-Menü des zuletzt aufgerufenen Moduls angezeigt. Falls ihr das nicht editieren möchtet, dann drückt den Taster vom Modul, das editiert werden soll. Die Parameter werden unten dargestellt und können mit den Reglern unter dem Display verändert werden. Ihr seht hier, dass im Amp-Menü vier Seiten verfügbar sind und wir uns aktuell auf Seite 1 befinden. Mit den Page-Tastern kann weiter geblättert werden und die nächsten Parameter können eingestellt werden. Es gibt beim Profiler Stage übrigens kein eigenes EQ-Modul. Der Equalizer ist im Amp-Menü zu finden, und zwar auf der Seite 4. Ihr habt aber schnellen Zugriff auf den EQ im Hauptmenü. Wenn ich den Edit-Mode verlassen möchte, drücke ich die Exit-Taste, dann bin ich wieder im Hauptmenü und da wird der EQ unten dargestellt, der immer mit den vier Parameter-Reglern bedient werden kann. Links und rechts daneben findet ihr zwei Regler, die immer die gleiche Funktion haben. Der Gain-Regler für den Zergrad des verwendeten Amp-Profils und rechts haben wir den Master-Volume-Regler, der die Lautstärke für den Main-Out, Monitor-Out und Headphone-Out regeln kann. Welcher Ausgang geregelt wird, könnt ihr selbst einstellen. Mehr dazu später. Wenn ihr Einstellungen verändert habt, dann müssen die natürlich auch gespeichert werden. Das geht, indem ihr den Store-Taster drückt. Wenn ihr im Perform-Mode seid, dann könnt ihr entscheiden, auf welchen Speicherplatz ihr die Performance sichern möchtet. Mit dem ersten Parameter-Regler kann dieser verändert werden. Dann drückt nochmal auf Store und ihr könnt bei Bedarf den Namen eingeben. Die Buchstaben wählt ihr mit dem Browse-Regler aus. Das nächste Zeichen wählt ihr mit den Page-Tastern. Dann nochmal auf Store drücken und die Einstellungen sind gesichert. Im Browse-Mode ist das Ganze ähnlich. Ihr drückt ebenfalls den Store-Taster, dann werdet ihr gefragt, ob ihr mit den Einstellungen ein neues Rig speichern möchtet, lediglich den Namen ändern möchtet oder das aktuelle Rig überschreiben möchtet. Entscheidet euch für eine Sache und drückt den entsprechenden Soft-Taster. Dann wieder Namen eingeben und nochmal Store drücken. Mit den Fußtastern 1 bis 4 in der zweiten Reihe können aktive Effekt-Module ein- und ausgeschaltet werden. Wenn ihr das machen möchtet, geht folgendermaßen vor. Ich habe hier einen Rig mit einem Delay, das ich mit dem Taster 4 ein- und ausschalten möchte. Um das zu programmieren, halte ich den Taster des Delay-Moduls gedrückt und drücke gleichzeitig auf den Effekt-Taster 4. Das war's schon. Nun kann das Delay-Modul mit dem Fußtaster ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Effekt aktiviert ist, leuchtet die weiße LED neben dem Fußtaster. Mit dem Tab-Taster unten rechts kann das Tempo für die tempobasierten Effekte eingegeben werden. Die weiße LED neben dem Taster blinkt dann im aktuellen Tempo. Detaillierte Informationen zur Tempo-Funktion im Profiler gibt es auch in einem separaten Video im Camper Tutorial Channel. In der oberen Hälfte gibt es noch zwei weitere Fußtaster. Der rechte ist zum Einschalten des Tuners. Wenn der aktiviert ist, kann im Tuner-Menü die Referenztonhöhe mit dem ersten Parameter-Regler verändert werden. Wenn ihr das Signal beim Stimmvorgang stumm schalten möchtet, dann sollte oben links das Häkchen bei Mute Signal gesetzt sein. Der linke Fußtaster ist zum Aktivieren des Loopers, der dann mit den Rig-Tastern 1 bis 5 bedient werden kann. Auch hier gibt es im Camper Tutorial Channel ein Video dazu. Die Taster Tab, Tuner und Looper können bei Bedarf auch mit anderen Funktionen belegt werden. Drückt den System-Taster und geht auf die Seite User Interface 2. Dann Soft-Taster 3 drücken, Button Assignment. Jetzt kann mit den Parameter-Reglern die Zuweisung der Funktion für die 3 Fußtaster verändert werden. Ihr habt die Möglichkeit einzelne Module eines Rigs zu kopieren und dann in ein anderes Rig einzufügen. Dazu muss der Taster des entsprechenden Moduls einen Augenblick gedrückt gehalten werden, bis im Display die Clipboard-Anzeige erscheint. Um die Einstellungen zu kopieren, drücke ich Soft-Button 2, Copy Stomp. Dann gehe ich mit dem Exit-Taster zurück ins Hauptmenü und wähle das nächste Rig an, dort wo ich das Effekt-Modul hinkopieren möchte. Dann halte ich den Taster des entsprechenden Moduls, wo der Effekt wieder hinkopiert werden soll, einen Augenblick lang gedrückt. Das Clipboard erscheint im Display und dann Soft-Button 3 drücken. Paste Stomp Effect. Wenn ihr den kompletten Stack kopieren möchtet, dann drückt einfach den Amplifier und Cabinet-Taster gleichzeitig. Wenn ihr einen Effekt in ein Modul laden möchtet, dann drückt den Edit-Taster und danach den Taster des gewünschten Moduls. Bei einem leeren Modul wird Empty angezeigt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, über den Type- und Browse-Regler Effekte und deren Presets zu laden. Drückt einmal auf den Type-Regler, dann wird das Preset-Menü angezeigt. Da gibt es drei Spalten. Links die Kategorie, in der Mitte der Effekt-Typ und in der rechten Spalte werden die verfügbaren Presets angezeigt. Unter Presets versteht man hier bestimmte Voreinstellungen von Effekten, die als Ausgangsbasis dienen können, um das Einstellen der Effekte zu erleichtern. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chorus-Effekt suche, dann wähle ich die Kategorie Chorus. Das passiert, indem ich den Type-Regler gedrückt halte und gleichzeitig drehe. Lasse ich los und drehe nur am Type-Regler, wird der Effekt Typ angewählt, die mittlere Spalte, und zwar alle Typen, die unter der Kategorie Chorus gelistet sind. Ich nehme den Vintage-Chorus und dann kann ich mit dem Browse-Regler ein Preset anwählen. Durch Drücken auf den Browse-Regler wird das Preset geladen. Wenn ihr bei Auto-Load ein Häkchen gesetzt habt, wird das Preset automatisch geladen. Bevor es richtig losgeht, solltet ihr das Output-Menü auf euer angeschlossenes Equipment anpassen. Für den Bühneneinsatz sind hierbei die ersten vier Seiten des Output-Menüs am wichtigsten. Nehmen wir mal den typischen Einsatzbereich an. Der Profiler wird über den Main-Out an die PA angeschlossen. Und ihr habt auf der Bühne euren eigenen Amp oder eine Aktiv-Box, die ihr über den Monitor-Out angeschlossen habt. Drückt auf den Output-Taster und geht zur Seite 1, Output Source. Hier werden die Signale den einzelnen Ausgängen zugewiesen. Wenn ihr den Main-Output mit zwei Anschlüssen benutzt, dann sollte hier Master Stereo angewählt sein. Wird nur eine Main-Out-Buchse benutzt, egal welche, dann solltet ihr Master Mono einstellen. Beim Monitor-Output für euren Bühnen-Lautsprecher gilt dasselbe. Master Stereo, wenn beide Monitor-Out-Anschlüsse benutzt werden, Master Mono, wenn nur eine in Verwendung ist. Oben gibt es noch den –12dB-Schalter für den Main-Out. Den habe ich für den Bühneneinsatz immer aktiviert, denn der Profiler hat ordentlich Pegel und die meisten Tontechniker waren glücklicher, wenn ich das Häkchen hier gesetzt habe und etwas weniger Pegel ans Mischpult geschickt habe. Die Funktion Monitor-Cap-Off solltet ihr aktivieren, wenn ihr einen Power-Am mit Gitarren-Lautsprecher am Monitor-Out für euren Bühnensound angeschlossen habt. Dann wird das Cap vom Profiler nur für den Monitor-Out deaktiviert. Das Signal am Main-Out wird davon nicht beeinflusst. Jetzt geht es mit den Page-Tastern auf die Seite 2. Hier wird die Lautstärke für die einzelnen Ausgänge eingestellt. Stellt den Main-Output auf Rechtsanschlag, also 0dB. Der Pegel sollte nun live-digital-Mischpult-kompatibel sein, denn die 12dB-Absenkung ist ja bereits aktiviert. Monitor-Volume, also eure Lautstärke auf der Bühne, stellt ihr nach euren Bedürfnissen ein und es macht Sinn, diese Funktion auf den Master-Volume-Regler zu legen. Das bedeutet, ihr nehmt die Häkchen beim Main-Out-Link und Headphones-Link weg, sodass nur noch das Häkchen beim Monitor-Out-Link bleibt. Beim Main-Out-Link habe ich das Häkchen deshalb weggenommen, weil die Lautstärke des Main-Out nicht verändert werden sollte, damit der FOH-Techniker am Mischpult immer den gleichen Pegel hat. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Ausflug in die Systemeinstellungen machen, damit der LED-Tag am Master-Volume auch den Wert des Monitor-Out anzeigt. Drückt System, geht auf die Seite User Interface und stellt bei Volume LED-Color Monitor-Volume ein. Auf der nächsten Seite findet ihr den Output-EQ für den Monitor-Out. Das ist ein globaler Equalizer für euren Bühnen-Amp. Stellt den nach eurem Geschmack ein. Den Main-Out-EQ auf der folgenden Seite würde ich erstmal komplett neutral lassen. Auf der Seite 5 findet ihr die Ground-Lift-Schalter für Send-1, Send-2, Monitor-Out und Main-Out. Falls es brummt, setzt an dem bestimmten Ausgang ein Häkchen, aber generell sollten die Ground-Lift-Schalter erstmal nicht aktiviert werden. Externe Effektgeräte können über die Send- und Return-Buchsen angeschlossen werden. Es gibt zwei Effekt-Loops mit Stereo-Returns. Das bedeutet, ihr könnt auch Stereo-Effektgeräte benutzen. Der Send wird mit dem Input des Effektgerätes verbunden. Der oder die Outputs vom Effekt mit den Return-Anschlüssen. Die Loops können an beliebiger Stelle im Signalweg positioniert werden. Send-1 kann auch als Ausgang benutzt werden. Zum Beispiel, wenn man für Aufnahmen zusätzlich zum Amp-Profil das direkte, analoge Gitarrensignal aufnehmen möchte. Einstellungen hierfür können im Output-Menü gemacht werden. Der Return kann auch als AUX-In benutzt werden. Zum Beispiel, um einen MP3-Player zum Üben anzuschließen. Wenn ihr ein externes Effektpedal an den Send- und Return des Profilers angeschlossen habt und natürlich auch nutzen wollt, dann müsst ihr ein Modul in der Signalkette mit einem Effekt-Loop belegen. Ihr drückt den Edit-Taster und danach den Taster des gewünschten Effekt-Moduls. Drückt und dreht dann gleichzeitig den Type-Regler, bis am Ende der Liste die Kategorie Effekt-Loop angezeigt wird. Wählt dann Loop-Mono für Mono-Effekte, Loop-Stereo für Stereo-Effekte oder Loop-Distortion für Overdrive oder Distortion-Pedal. Bei Loop-Mono oder Stereo können Mix, Ducking und Volume eingestellt werden. Der Distortion-Loop hat nur Volume. Wenn ihr euer Effektgerät an Send-Return 1 angeschlossen habt, dann müsst ihr Use-Upper-Loop einstellen. Für das Effektgerät an Send-Return 2 wird Use-Lower-Loop ausgewählt. Der Profiler Stage hat vier Anschlüsse für externe Expression-Pedale oder Fußschalter. Pedal 1 bis Pedal 4. Hier werden die Pedale zur Steuerung von Volume, Var oder Morphing angeschlossen. Für ein Expression-Pedal wird ein Stereo-Klinke-Kabel benötigt. Für einen Schalter reicht ein Mono-Klinke-Kabel. Wenn ihr zusätzliche Expression-Pedale an den Pedal-Anschlüssen 1 bis 4 verwendet, dann müssen die Funktionen zur Parameter-Steuerung auch entsprechend im Profiler eingestellt werden. Hierfür gibt es den Pedals-Taster. Ich habe jetzt den Anschluss Pedal 1 mit einem Expression-Pedal verbunden und möchte damit die Lautstärke regeln. Drückt den Pedals-Taster und geht auf die Seite Pedal 1. Hier seht ihr, dass schon alles vorbereitet ist. Bei Function steht Volume Pedal und ihr könnt direkt mit dem Pedal die Lautstärke steuern. Der Profiler hat ab Werk eine eingebaute Funktion, dass der Tuner eingeschaltet wird, sobald das Volume Pedal komplett zurückgenommen ist. So kann man auch in einer kurzen Spielpause schnell die Gitarre stimmen und spart sich das Einschalten des Tuners über den Fußtaster und kann bei Bedarf den Fußtaster auch mit einer anderen Funktion belegen. Falls euch diese Anzeige irritiert, nehmt einfach das Häkchen bei Tuner at Volume 0 weg. Dann ändert sich die Anzeige nicht, wenn ihr das Volume Pedal komplett zurücknehmt. Wenn ihr eine andere Funktion mit Pedal 1 steuern möchtet, dann wählt einen anderen Wert bei Function. Wenn ihr mit dem Pedal einen War Effekt steuern möchtet, dann könnt ihr das Pedal mit dem Anschluss 3 verbinden. Der ist schon auf War Pedal eingestellt und ihr müsst im Pedals Menü keine weiteren Einstellungen vornehmen. Jetzt müsst ihr natürlich einen War Effekt laden und das macht am meisten Sinn am Anfang der Signalkette und zwar auf Modul A. Ihr drückt den Edit Taster und danach den Taster von Modul A. Dann kommt das Prozedere zum Effekt Preset laden. Mit dem Type Regler die Kategorie War und als Effekt Typ War War auswählen. Wählt dann mit dem Browse Regler ein Preset an. Zum Beispiel das Preset Cry. Das ist eine ganz gute Ausgangsbasis für Pedal Vars Sounds. Der War Effekt ist hier so eingestellt, dass er direkt ausgeschaltet wird, sobald das Pedal nicht mehr bewegt wird. Wenn ihr zum Beispiel Fixed Vars Sounds mit einer bestimmten Position des Pedals haben möchtet, dann wählt im War Menü auf der Seite 2 die Einstellung Bypass at Heel. Dann wird der War Effekt erst ausgeschaltet, wenn das Pedal komplett zurückgenommen in der Heel Position ist. Viele Gitarristen benutzen das Mischen EP1 mit dem Profiler. Das Pedal hat eine Expression Funktion mit zusätzlichem Toe Schalter. Kann also wie ein normales War Pedal bedient werden und wird auch gerne zur Steuerung des War Effekts benutzt. Für diese Funktion Bar einschalten und mit dem Pedal steuern müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden. Das Pedal habe ich mit den Anschlüssen 2 und 4 verbunden. Output 1 am Mischen Pedal mit dem Anschluss Pedal 4 am Profiler Stage und Output 2 am Mischen Pedal mit dem Anschluss Pedal 2 am Profiler Stage. Der Output 2 am Mischen Pedal ist für die Schaltfunktion zuständig. Um das alles einzustellen, gehe ich im Pedalmenü auf die Seite Pedal 2, wähle bei Mode Mono Switch und bei Switch Tip Stomp A On Off. Jetzt kann ich mit dem Toe Schalter am Pedal das Modul A ein- und ausschalten. Dann gehe ich auf die Seite Pedal 4 und stelle bei Mode Pedal Type 1 ein und bei Function War Pedal. Wenn ihr das Pedal bewegt, dann müsste der schwarze Balken oben im Display mitlaufen, und zwar über die ganze Bandbreite. Falls bei voll durchgedrücktem Pedal die Anzeige nicht komplett dunkel ist, dann drückt den Soft-Taster 1 und bewegt das Pedal noch einmal komplett nach oben und unten. Dann ist das angeschlossene Expression Pedal kalibriert. Wichtig ist natürlich, dass auf dem Modul A ein War Effekt aktiviert ist. Und um den Effekt mit diesem Pedal wie bei einem analogen War Pedal zu steuern, müsst ihr im Effektmenü noch eine wichtige Einstellung vornehmen. Drückt Edit und dann den Taster von Modul A und geht auf die Seite 2. Bei Pedal Mode stellt ihr On ein. Dadurch wird der War Effekt nicht automatisch ausgeschaltet, so wie das bei Bypass at Stop, Bypass at Heal oder Bypass at Toe der Fall ist. Nun könnt ihr mit der Schaltfunktion des Mischenpedals, das Modul A, den War Effekt ein- und ausschalten und mit dem Pedal steuern. Dieses Expression Pedal könnt ihr zusätzlich auch zum Steuern der Lautstärke benutzen, wenn der War Effekt nicht aktiviert ist. Also als War Volume Pedal. Dazu müsst ihr auf der Seite Pedal Links ein Häkchen bei War Pedal To Volume setzen. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 7. 9. Camper Tutorial Weitere detaillierte Informationen zum Thema Expression Pedale findet ihr in einem separaten Video auf dem Camper Tutorial Channel. Morphing bedeutet beim Profiler grob erklärt, dass ihr ProRig zwei unterschiedliche Einstellungen von den benutzten Effekten und Stack-Parametern speichern könnt. Das ist einmal der Basissound, den man erhält, wenn das Rig angewählt wird, und dann der sogenannte Morph-Sound, die zweite Einstellung. Zwischen diesen beiden Sounds kann per Expression-Pedal stufenlos hin und her geblendet werden. Ab Werk ist die Morphing-Funktion für ein Expression-Pedal am Anschluss 2 vorbereitet. Die Morphing-Funktion ist aber auch ab Werk auf die Rig-Taster gelegt. Zuerst wird der Basissound aufgerufen. Drückt ihr den Rig-Taster erneut, ist der Morph-Sound am Start. Zur optischen Kontrolle leuchtet dann die obere LED am Rig-Taster. Eine beliebte Verwendung für das Morphing ist die Steuerung des Zergrades über ein Expression-Pedal. So kann man zum Beispiel von einem recht unverzerrten Rhythmussound auf einen gut zerrenden Lead-Sound wechseln. Das Ganze mit allen Zwischenstufen. Um das einzustellen, geht folgendermaßen vor. Wählt ein Rig an. Nun ist der Basissound aufgerufen und stellt mit dem Gain-Regler den gewünschten Zergrad ein. Drückt dann den Morph-Taster. Nun wird der Morph-Sound aufgerufen, die obere LED am Rig-Taster leuchtet. Im Regelfall sind auch keine Morph-Parameter programmiert. Deshalb ändert sich der Sound auch noch nicht. Jetzt stellt ihr mit dem Gain-Regler den Zergrad für den Morph-Sound ein. Hinter dem Wert erscheint ein M. Das bedeutet, dass dieser Parameter per Morphing verändert wird. Nun könnt ihr mit dem Expression-Pedal den Zergrad zwischen Basis- und Morph-Sound regeln. Das bedeutet, dass dieser Parameter für den Zergrad für den Zergrad, jeder Parameter von aktiven Effektmodulen oder auch die Parameter im Stack-Menü können per Morphing verändert werden. Es gibt da keine Limitierung. Als nächstes ist das Delay an der Reihe. Das stelle ich so ein, dass der Effekt beim Basissound nicht zu hören ist und dann mit dem Expression-Pedal zum Morph-Sound hin eingeblendet werden kann. Wählt nun wieder den Basissound an, indem ihr den Morph-Taster drückt. Schaut dabei immer auf die LED am Rig-Taster. Um den Basissound zu erhalten, muss die untere LED leuchten. Drückt dann den Edit-Taster und danach den Taster für das Delay-Modul. Das Effekt-Menü erscheint im Display. Geht auf die Seite 1 und stellt den Mix-Regler auf 0%. Das bedeutet, der Delay-Effekt ist nicht zu hören. Drückt dann den Morph-Taster. Der Morph-Sound wird angewählt und die obere LED leuchtet am Rig-Taster. Stellt nun mit dem Mix-Regler den gemünschten Effektanteil des Delays für den Morph-Sound ein. Auch hier wird wieder das M hinter dem Wert angezeigt. Jetzt habe ich einen trockenen Basissound mit geringem Zergrad, der dann mit dem Expression-Pedal auf einen höher verzerrten Sound mit Delay stufenlos übergeblendet werden kann. Das ist ein ganzes Zergrad, der dann mit dem Impression-Pedal auf einen höheren Wert angezeigt. Das ist ein ganzes Zergrad, der dann mit dem Impression-Pedal auf einen höheren Wert angezeigt. Vor allem mit Effekten kann man einiges mit Morphing veranstalten. Deshalb gibt es auch dafür ein spezielles Video im Tutorial-Channel. Ganz rechts findet ihr die beiden USB-Anschlüsse. Einmal für einen USB-Stick. Dann könnt ihr zum Beispiel Backups auf den USB-Stick ziehen und natürlich auch wieder laden. Die zweite USB-Buchse kann mit einem Computer verbunden werden. Und dann könnt ihr über den Rig-Manager eure Rigs und Performances verwalten, ebenfalls Backups ziehen und habt Zugang zum Rig-Exchange, einer Plattform, wo ihr von anderen Usern Rigs laden und auch eigene hochladen könnt. Es ist sinnvoll, einen USB-Stick für Backups zu verwenden. Auch wenn ihr mal Daten an einen anderen Profiler übertragen möchtet, geht das mit einem Backup auf einem USB-Stick am einfachsten. Dazu muss der Stick vom Profiler formatiert werden. Steckt ihn in den USB-Anschluss auf der Rückseite. Der USB-Stick wird automatisch erkannt und ihr werdet direkt gefragt, ob der Stick formatiert werden soll. Drückt Soft-Taster 2 und der Vorgang läuft. Nach Beendigung OK drücken und dann könnt ihr den Stick mit dem Profiler verwenden. Wenn ihr ihn nun wieder einsteckt, wird im Display das Feld USB-Stick angezeigt. Wenn ihr den Soft-Taster 3 drückt, erscheint ein Auswahlmenü. Um ein komplettes Backup zu ziehen, drückt Soft-Taster 1 Backup Restore und danach Soft-Taster 2 Backup. Jetzt wird ein komplettes Backup des Profiler-Inhaltes auf den USB-Stick gezogen. Das dauert in der Regel einen Moment. Ihr solltet zur Sicherheit immer mal wieder ein Backup auf den Stick ziehen. Wenn ihr ein altes Backup in den Profiler einspielen möchtet, dann drückt bei der zweiten Auswahlseite Restore und wählt das entsprechende Backup aus. Das ist ein humidity dessen, das kleiden bis ins Spiel Africamering seitens deriviniger Viertelung. Für das ist dein việc 먹engagement. Das ist eine excess錢 zu spenden, der drückt each Countdown aus. ich sehe, glaube ich zumalte die hü aus. Ich apple, danke dir einspielen. Aber es bleibt gut Growing. Yes! Vielen Dank.